Willkommen zurück zu Sekiro. Schauen wir mal. Hier unten sind auf jeden Fall Hunde. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo genau der Typ steht. Ja, ne, ist klar. Alter. Nicht aufschalten. Weg, weg. Heilen. Komm, 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 komm. Kommt mal alle hier hoch. Okay. Holy Crap. Ich wollte doch nur scopen, wo dieser Typ rumsteht. Der muss irgendwo da oben drin sein. Da gibt es wahrscheinlich auch keinen Weg drum rum. Also kein Stealth-Punkt. Ah, okay. Oh. Nein. Steht er drin? Ja, der steht drin. Okay. Okay. Ai, ai, ai. Oh, hier drin ist kein Platz. Oh, Gott. Alter Schwede, das ist mal voll fies hier drin. Gift. Man, Alter. Vielleicht sollte ich ihn wirklich rauslocken. Ein Stealth Hit und dann rauslocken. Oh Gott, der Weg ist so weit. Oh nein, wir waren auch wieder kurz vor dem Skillpunkt. Okay. Okay. Nein. Falschtaste. Und auf Wiedersehen. Nicht aufschalten. Laufen. Danke. Kurz einsaugen. Ich hoffe mal, der folgt mir nicht. Komm schon, der weiß doch jetzt nicht im Ernst, wo ich bin. Ich bin... Are you fucking kidding me? Alter. Tja. 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 Das kommt schon. Okay. Okay. Erstmal die Hunde. Okay. Und follow me. Ja komm schon. Das soll doch ein Witz sein. Oh, ganz toll. Ach, jetzt kommt er raus. Ist klar. Oh, das ist klar. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey! Hey! Das war's für heute. Ich muss hier einfach halb blind spielen. Mmh! Wo soll's hingehen? Okay. Okay. Ich seh nix. Okay. Das war glaub ich gut. Nope. Nope. Das war's für heute. Das war's für heute. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist den resettet hat, war richtig für den Arsch. Sonst will man resetten und es klappt nicht und hier resettet man ihn unabsichtlich. Nein, ich wollte erst kaufen. Dann schlagen wir uns den Kopf weiter gegen die Wand. Und gegen den hässlichen Uhu. Das ist nur ein halber Skillpunkt. Okay. Was zur Hölle? Das war's für heute. 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 Ah, ich kann nicht heilen. Das regeneriert halt nicht. Come on! Okay. Ich kann dich auch aus der Luft holen. Keine Pellets. Gift. Scheiß drauf. Okay. 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 Das war's für heute. Genau das wollte ich vermeiden eigentlich. Das blöde Gift. Das Gifts wird mich töten. Aber immerhin habe ich noch einen reingekriegt. Warte mal, wir haben doch den Reis, oder? Nein! Warte mal, wir haben doch den Reis. 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 Ich fass es nicht. Bis hierhin erstmal danke fürs Zuschauen. Der Rage-Moment des Tages, glaube ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, da gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.